Schwarzkümmelöl in einer Minute. Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sagte uns ja, dass Schwarzkümmelöl jede Krankheit heilt außer dem Tod. Und habt ihr das mitbekommen? Das westliche Zeitung, also Mainstream, wie die Welt, googelt das mal, jetzt schon schreiben, Hadith des Propheten ist bestätigt. Wissenschaftler haben ja Schwarzkümmelöl jetzt so sehr auseinandergenommen und haben festgestellt, dass nichts ein kaputtes Immunsystem so sehr aufbaut oder ein starkes Immunsystem so sehr ordnet und unterstützt wie Schwarzkümmelöl. Und automatisch wirkt sich das natürlich, wie der Prophet selbst sagte, sallallahu alaihi wa sallam, auf jede Krankheit aus. Wir empfehlen euch die 1 Liter Flaschen von Baraka Group. Das sind Eigenproduktionen, absolute Top-Extra-Klassenqualität, wie auch die Rückmeldungen sagen, und 1 Euro davon gehen an die Uiguren. Es gibt allerdings natürlich auch noch die 250 Milliliter und die 100 Milliliter, die jetzt keine Eigenproduktion sind, aber auch sehr guter Standard sind. Schwarz-Kümmelöl heilt jede Krankheit außer den Tod.